Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Einen Augenblick. Mir wird der Gedanke schon noch kommen, wo es jetzt losgeht. Es wird mir noch einfallen, es wird, ich werde es noch merken. Ich weiß nur noch nicht wann. Ein Hydraulikhammer. Okay, hier ist, ist eine Menge nichts. Wo ist die denn hinten und wie ist die da hingekommen und warum finde ich das nicht? Ne, hier ist anscheinend falsch. Okay, Moment, ich werde das, ich werde es rausfinden. Ich habe ja keine Wahl. Da liegt Kobalt rum, nimm das mal. Hier kann ich mich duschen wahrscheinlich. Jetzt kann ich anfassen, da kriege ich eine gefackelt. Das ist super zu wissen. Hier ist, hier ist irgendein Messgerät. Hier gibt es Draht. Hier kann ich was basteln. Hier gibt es Waffen. Pylonen. Machen wir mal Giftgasminen und so. So, wenn ich jetzt hier hochgehe. Dann haben wir hier den S-Bereich. Hier haben wir die Kloos. Und das hier dürfte das Quartier sein. Wahrscheinlich sowas, ne? In der Art. Der defekte Lift ist ein Problem. Ich glaube, da liegt das Ursprungsproblem. Im defekten Lift. So, der Punkt zeigt nach hier. Aber hier komme ich ja nirgends raus. Geschweige denn sonst irgendwie weiter. Okay, ich verstehe es nicht. Ich, ähm, bin offensichtlich ein kleines bisschen zu doof. Hä? Äh? Okay, wir gehen mal in den Security-Bereich. Da war ich noch nicht. Das könnte der Sache weiterhelfen. Ja, das ist schön. Das ist toll. Eine Ente. Kann ich hier irgendwas anfingern? Ein Ordner gibt es hier. Das ist toll. Was zu essen. Ich kann hier nix anfingern im Security-Bereich. Okay, ich kann hier das meisterliche Dietrich-Din benutzen. Was habe ich denn davon? Da ist ein Kabel. Äh, weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Ich hatte ein kleines bisschen Hoffnung, dass das weiterhilft hier. Aber, so vom Gefühl her. Sieht hier genauso bescheiden aus, wie sonst überall auch. Okay, wir versuchen das mal hier. Ähm. Was haben wir da? Das ist ein Dreier. Das ist interessant. Das ist eine interessante Vorgehensweise. Einen Augenblick. Wir machen das so. Und daneben so. Wann noch? Oh. Noch geht. Ne, warte mal. Nehmen wir den. Ja, ich weiß noch nicht, ob das wirklich was mit Geld zu tun hat, was hier passiert. Ah, hier kann ich Sachen. Ah ja, hier gibt's. Ja. Hier gibt's Schrotflinten. Das ist schön. Und Munition und so. Ich hab' aber ehrlich gedacht, ich komme vielleicht, ähm... Ich hab' da andere Hoffnungen gehegt. Andere Hoffnungen. Ja, geht doch da weg. Ich versuch doch hier auszufinden, was ich machen muss. Hä? Die Tür geht nicht auf. Okay. Gut, hier liegt Hobald rum. Das hab' ich eingesammelt. Das ist schön. Naja, ich versteh's nicht. Tut mir leid. Mir erklärt sich nicht, wo ich hin muss. Da bin ich eben hergekommen. Hier gibt's ne... Da bin ich hergekommen. Da bin ich... Von da bin ich. Sekunde. Hier ist, äh... Hier ist, ja... Hier ist die Klinik. Das ist unzugänglich. Wahnsinn. Aha. Ja? Gut. Ne, dann weiß ich's nicht. Keine Ahnung. Neu Plan. Ich suche Maya Cruz, ein Technik-Genie und hochrangiges Mitglied. Der First, die hatte sich unter falschem Namen in der Klinik aufgehalten, wurde doch... Äh... Äh... So sieht es, versteckt... In ihr Verstehen eine Asteroid-Mine im... Sankarov-System. Ja, das wird wohl... Ich befürchte, es wird das hier sein. Ich weiß wohl nicht, was ich dagegen machen soll. Das ist mir nicht so richtig klar. Aha. Solltest du anhalten und ausmisten. Bin ich überladen? Oh, Tatsache, ich bin überladen. Das ist ja irre. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte mal nach der Waffe gucken. Und zwar nach der hier. Die wollte ich kurz ausrüsten. Und dann wollte ich mal ganz kurz gucken, ob ich damit irgendwas mit dem... Kann man das vielleicht einfach reparieren, das Ding? Äh... Das sieht nicht so aus. Ne, ich krieg da jedes Mal nur eine gewischt. Okay, das ist gut. Was weiß ich nicht? Ich hab keine Ahnung. Ja. Ne Idee wäre, wie wir rauskommen. Wie es weitergeht. Dit wär ne Idee. Könntest du mir da vielleicht irgendwie... Ja, wir sind schon fertig. Oh Gott, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Was gibt's denn hier? Keine Ahnung. Ich raff's nicht. Tut mir leid. Ich würde gerne total, total gerne verstehen, was ich machen soll. Wie ich hier hinkommen soll, wo ich hin, hin, hin soll. Es würde mich total freuen, aber mir ist das leider nicht, mir ist das leider nicht klar. Mir ist es leider nicht klar. Aha, hier ist ne Cutterkiste. Das ist ja toll. Nein. Nein, mir ist nicht, ich verstehe es nicht. Tut mir leid. so gar nicht verstehen würde. So, pass auf, hier hinten. Naja, das, ähm, da geht's zur Sternenklinik. Sternenklinik. Nix, nix zu holen, aber noch Sternenklinik. Hier machen wir einen Knopf an, da geht da eine Tür auf und da eine Tür zu, das ist toll. Boah. Echt? Na gut. Ciao. Echt, ich nicht. Wir nehmen mal die Strukturen mit. Ach, guck mal, da steht dran, dass ich Cut Pins machen soll. Vielleicht cutte ich Pins. Oh, ich cutte Pins. Ich hab Pins gecuttet. Super. Äh, warte, ich würde gerne allerdings noch hier die, die restlichen, die restlichen Momente meines Lebens damit verbringen, kurz zu erkunden, was es hier oben so gibt. Ähm, oh, hier oben haben wir Essen. Weiß jetzt nicht, ob Essen unbedingt das ist, was mir, mir so ziemlich weiterhilft, aber, hey, besser als nix, ne? hier haben wir Medipack und nen, nimm doch mal das auf, das wär doch toll. Klo, hier liegt ein Buch drin und nen Ordner. Okay, hier gibt's Argos-Extraktor-Anzug und nen urbanen Kleidungsstil-Ex-Dings-Kram. Was haben wir hier? Ne Shisha. Feuerzeug. Gerumpel, gerumpel ist toll, hier gibt's noch Medipack, nimm das mit. Medipack sind wichtig für mein weiteres Fortkommen, weil ich brauche die wie Kaubonbons. Hier scheinen wir in ner Kajüte zu sein. Da gibt's was zu essen. Dietrich-Set. Dietrich-Set ist gut. Medipack ist auch gut. Tablet, das hilft mir jetzt nicht so richtig. Was haben wir hier? Was zu essen. Feuerzeuger. Es gibt weitere Anzüge, die ich mitnehmen könnte. Ich könnte mich ne Runde hinlegen, hinsetzen, ginge auch. Oh, da gibt's so nen Security-Bereich. Was passiert hier? Waffen, anzuffelte Boden-Crew, den nehm ich mal mit. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht der so aus, als könnte er was. Hier noch was gibt's hier. Oh, nur Schiss, ne, hier zwei was zu essen. Was ist das? Feuerzeuger. Ah, meisterliche Rohr. Dietrich-Bums. Ah, da muss ich einen, warte mal, das sind insgesamt vier, ne? Ich check mal alle Vierer ab. Ah, okay. Ich hab alle Vierer abgecheckt. Moment, der, der macht, man, man, so, dann machen wir den so. Was haben wir denn da? Hä? Geht doch. Okay. Boah, ich wollt grad sagen, hab keinen Einzelnen mehr, ne? Aber, na, wenn du das sagst. Aktuell seh ich hier nur, ach guck an, Waffen. Nimm den mal mit. Was? Ich hab zu viel Last, warum? Ah, wo ist denn meine Tussi? Doch, hab ich. Mehr als genug. Ich habe von dir mehr als genug. Äh, was war denn das jetzt? Das Ding. Das, das solltest du haben, ne? Äh, Moment. Zack. Oh, ich hab Schiffsteile entfernt, das ist vielleicht ein Problem. Bleib nicht zu lange weg. Nee, ich bin gleich wieder da. Ähm. Hä? Oh nein, ich befürchte, ich hab, wo ist denn die Tante? Hallo? Hallo? Ja. Nee, ich wollte gucken, ob ich dir Munition gegeben hab, die mir gehört. Ah ja. 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 Ich vermute fast, dass ich das, dass das so passiert ist. Speichern wir das mal hier. Mhm. Gut, die Waffe, die ist vielleicht ein kleines bisschen hinderlich. Da unten, da, da wärmer wahrscheinlich. Wobei es hier auch noch irgendwo hingeht. das ist dann Anwar, das ist so was wie der Rückweg, der Rückweg, der Rückweg. Hier gibt's ein Cutter-Teil, dann gehen wir mal hier runter. Ah ja, okay, hier sieht's schön aus. Wer? Wasco? Ach, du Kacke. Das hat sicherlich einen Sinn, da gibt's sicherlich vielleicht irgendeinen Obermufti ganz unten, der uns gleich weg, weg, wegfistet. Pass mal, wir scannen mal hier so ein bisschen rum. Geht nicht. Gut, knall ich den halt einfach so ab. Geht ja auch. Ja, tut's, aber, was, warum, wo ist das, was, was hat's dann? Hä? Bist du das, die hier so dämlich schießt? Ich soll sie dir vielleicht seine Waffen wegnehmen, das wäre hilfreich. Wir müssen, warte mal. Hä? Von da oben bin ich runtergekommen, hoffe ich jetzt einfach mal. Da kam ich von da? Ich geh mal grad gucken. Dämonen. Untertitelung. BR 2018